cool sehr cool wenn man sich mal daran gewöhnt hat richtig geil und vor allem man kommt auch jeden berg damit locker rauf beim bremsen funktioniert auch einwandfrei soll man einfach braucht man einfach nur gegen den körper halten und dann langsam die bremse betätigen und der bremst einem richtig schön gemütlich ab ja 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 ja